Danke vielmals, Albert. Danke vielmals an alle, die heute hier stehen. Denn einer von euch steht für Tausend heute Abend hier in Bern. Denn ich sage allen, geht in die Ferien. Geniesst den Sommer, solange ihr könnt. Denn das, was uns droht, hat das Potenzial, schlimmer zu werden als alles, was wir in den letzten zweieinhalb Jahren erleden mussten. Jetzt hört es einfach nicht mehr auf. Corona für den Moment ist kein Thema. Und wegen Corona stehen wir auch nicht da. Sondern wegen unseres Grundrechts. Genau. Zugang zur Energie, zur nachhaltigen, sicheren Energie ist genau so ein Grundrecht. Und jetzt möchte unser Bundesrat uns vorschreiben mit neuen Zwangsmassnahmen, wie wir den Strom brauchen dürfen, wie lange und für was. Ja! Scheisse! Wir müssen uns das mal vorstellen. Dann geht der ÖV nicht mehr. Geld könnt ihr nicht mehr abheben. Der Wasserhahn läuft nicht mehr. Das Licht zu Hause. Und das WC. Und das WC. Gar nichts mehr. Das ist die Schweiz, die wir reinrasseln. Das reichste Land der Welt hat auch keinen Strom mehr. Und das ist keine Überraschung. Davor hat man schon gewarnt vor fünf, sechs Jahren, bei der Energiestrategie 2050, das Plakat gegeben hat. Kalt duschen mit Doris. Nein, nicht so einer. Und das haben wir jetzt. Die Regierung ist nicht nur bei Corona völlig unfair. Sondern einfach überall. Deswegen stehen wir nicht da gegen diese Regierung. Sondern wir stehen da für eine lebenswerte Zukunft. Für eine zukünftige Freiheit von jedem einzelnen von euch. Und die Leute, die euch nicht da stehen, die vielleicht nicht verstehen, wieso wir da sind. Wir kämpfen auch für sie. Damit niemand in diesem Land in der Dunkelheit muss frühen und Hunger haben. Danke vielmal. Liebe Sie! Liebe Sie! Liebe Sie! Liebe Sie! Liebe Sie! Danke, dass ihr euch da war. Kämpft weiter. Geniesst den Sommer. Erholt euch gut. Denn es braucht schon bald wieder euch alle auf der Strasse. Und ich denke, wenn das so weitergeht mit dieser wahnsinnigen Politik, dann sind die Demos, die wir bis jetzt hatten, nichts im Vergleich, das wird kommen. Und ich freue mich, noch viele Jahre mit euch alle zusammen zu kämpfen. Damit es uns allen gut geht und den Generationen nach uns. Schönen Abend zusammen! Applaus Vielen Dank.